so so ja die Gipsen war so für dich natürlich das bist du nicht ne den Gedanken hat ich auch gerade alles klar von unserer Runde gewesen ich bin noch da ich bin noch da Schöpfe naja sehr gut Ladies and Gentlemen, letztlich kommt zu einer weiteren Folge von Warzone, weil Brad hat nicht funktioniert das Drecksgame und wenn wir jetzt ein Spiel, was wenigstens Spaß macht und wir müssen runterspringen hab ich komplett die ganzen Gegner sind ja der Flugzeug fliegt ja weg also gehst du überhaupt hin? nach Ilze da ganz hinten nicht guck mal wo die Markierung ist genau wir spielen mit Ohrson mit dabei ist natürlich wieder Drasron Hallo ok wird nicht so weit kommen ich auch nicht also ich gehe dann einfach dahin mit dem Auto und voneinander hin ja ok warte ich komm zu dir ok ich komm dahin ich bin gleich bei dir ich bin gleich bei dir wiiiuuu ich bin wegfahren wow wow er wird beschossen run out ja aber wir sind ja aber wir sind da auf das Leben schliffst ja wir sind wir sind wir sind wir sind die Sache ist halt bis wir jetzt da sind sind wir eh wieder tot ne ne da ist ja noch keiner weil die auch alle erst hin müssen und da ist easyzone das ist perfekt draus ich bin wegfahren hmmm wenn ich mich lustig aber ok ja siehste easy da außer bei mir scheint dann zwischendurch mal alle Sitze sind verlegt zu dritt so easy ok hab ich Cyper dabei natürlich ganz weiter weg natürlich warum soll ich das so und auch jetzt dann ne das ist weg ah du 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 so wow wow wer schießt jetzt wer schießt jetzt ich musste gucken ob die Lautstärke passt was denn das passt man dann im Schnittprogramm an hehehe wow hua ha 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 alter ha 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 gut du und ich für Racer gespielt hast wir dann warte für dich dann warte für dich nur von Forza ja schön gewonnen goldene AK nehm ich mir blaue seltene M13 steht hier jetzt hauptsache erstmal markiert ja ich war kurz am überlegen das hätte eure sein können genau ich war kurz am überlegen Moment episch ist ja besser als selten meine Waffe hehehe hehehe der Reun ist aber auch noch eine epische Waffe das nennt man erst ans Team denken hehehe und dann denken die hehehe ja ich würd sagen wir haben hier alles gefunden oder wir könnten noch versuchen die Daten zu sichern auftrag gescheitert nehmen wir uns wie jetzt ja geil wow auftrag gescheitert Mama das nenn ich mal morgen ja dann ich hol mir dann eben noch so ein Klasse Dings oder ich hol mir ne Drohne boah Yannick der Papa verzögert hehehe sag ich mal ich probier mal ja ok drei Leute gar nicht mal so weit weg gar nicht mal so weit weg können wir versuchen können wir versuchen nach selben bis ich durchgehen und einer ist alleine quasi ja die Frage ist halt ist der im Haus oder ist er obendrauf oben drauf oben drauf oben drauf oh Ausrüstungslieferung da seh ich mich oh das war in dem Haus wo ich jetzt bin oder? ja ok ok oh da lief ein Wuschbensch ja der ist im Haus oh ok der seid ja alle drei ok hab ihn nice ein Essen draußen 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 und die Echo oder was? ja warte ja warte hab die ja ja ich hab einen Kill bekommen ja du hast ja auch die meisten Schaden dran gemacht ich hab den ich hab so beendet für dich so dann haben wir von den Bereichen zwei erledigt die andere musst du hier hier ist doch ein Golder K die bringt mir Pech ich nehme es halt auch nicht ich fülle mal ausrufen ich fülle mal ausrufen ja komm auch recht ich geh doch eben kurz auf oben dann spreche ich ihm rund hm denn da war dann bis jetzt aus ich muss einiges bei euch noch das Spiel so na wo geht's denn hier hoch hier ist kein Spiel mehr weiß ich nicht ich müsste da noch einer sein aber auch der Nachbargebäude aber auch der Nachbargebäude den ich wo ich den meisten Schaden vorgemacht hab der ist runtergesprungen mit Fallschirm weil dann war das halt ja ok dann war im Nachbargebäude noch einer war im Nachbar einer ist ja rüber gelaufen den haben wir halt drausler gemacht und der andere der im Haus selber schon war der ist hier bei mir nice klingt nach Spaß ja gut also ich hab meine Ausrüstung ich hab meine Ausrüstung ich hab meine Ausrüstung ich hab meine Ausrüstung was denn nein gibst du mir die hier danke wir sind immer noch in dem Gebäude wo ihr grad hochrand seid voll nice warte der ist jetzt genau der ist jetzt da N von mir ich bleib jetzt mal bei der grünen Waffe weil ich muss damit noch 20 Kills oder sowas machen oder 15 Kills oder 15 Kills wo ist er wo ist er da bitte bitte da am Boden er ist mal wie ein Staubsauger drüber laufen ich hab nur Schritte gehört ja ich hab nämlich grad geguckt in meinem Herstatt-Sensoren und hab gesagt okay jetzt kann doch nicht warum so was sein dass er angefangen hat zu schießen ja ich hab ein bisschen auf die Schritte geachtet so und das ist ja easy wir sind einfach direkt vor der Zone wir können einfach rüber laufen wir können zur Bank da haben wir gute Erinnerung dran na hehehe das war das Überrunde bei der Bank hm gab's ne andere Bank die kann noch mehr überprüfen oh mein Alter ich hab ne Munitionskiste gefunden ne hab ich jemand Munition braucht ne ich bin voll Alter Alter ja aber ich rede jetzt von Munitionstechnik hehehe von körperlichem Zustand wir werden für den gleichen Witz bringen haha so wir kommen naja lauf mal wir werden das mitblenden oh holly ja das ist ein gutes Stück für das da ich hab rechts rum ist smart oder naja ja weil er 6 rum ist ok ist ganz gut schon groß oh oh ich weiß nicht ob das so smart war ja ich schaff's hehehe ach scheisse das ist für mich war's leide für mich war das Maß ja für mich auch ichtig ich bin raus ich bin raus ich bin raus aus der ZOOM oh gah ich sag geles halt wenn wir jetzt in der ZONE sind können wir gleich weiter laufen mhm aber hey schon top neunze like top 20 das sind 10 last und das reicht hm fast 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 top 18 doctor or TV betrugszwei naja das geht noch, war ein Schuss eben auf uns oh ja von oben, Alter der schießt auf mich wir gehen auf die Deckung, oh 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 ja, oh oh, das hilft gar nicht, das hilft von rechts zwei, aua oh oh, bin da unten aua, aua meiiin könntest du dich selbst holen habt ihr da einen, wo die ist denn? ja, rechts auf dem hohen Dach der kommt mit Fallschirm zu uns, ok von hinten, ich bin tot wo war ich auch oh Gott, eh, mir nicht der hat mich direkt geholt ach, scheiße, ey nicht, weil wir die Top 15 geschafft, ey nee ist gut und nicht mehr, oder wird? nee, gibt's nicht mehr die der Gula ist geschlossen toll aber zwei Kills, ich bin zufrieden die Border kommt hinter dir ja ich weiß, aber ich muss vorwärts rum, weil die da immer noch da sind ich hab nämlich gar kein Gefühl ja ok ok rammi 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 Svender hoffentlich sterben es an die Border 15! 15! 15! danke Yannick danke, 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 danke mehr wollt ich gar nicht auf Border, Fressi Fressiii Bam alter danke Yannick Genauso schnell wie die Border, aber die nächste ist schneller. Sven, das sehe ich nicht, ja. Sven! Willst du dich verarschen?! Zwei Abschlüsse Schaden, 460 Euro? Ja, ich habe die meiste Schaden gemacht, dass sie mir alle weggesnackt, dann sieht das. So Leute, wir hängen noch eine Runde dran. Okay. Letztendlich werden wir in Runde 2. Läuft überhaupt nicht hier, wenn man es sieht. Da Zone, da Flugzeug. Wenn ihr jetzt nicht dran ist, die erste Heli nehmen, bei 1000. Und abspringen. Abspringen! Abspringen! Jetzt schon! Ja klar, zum Heli! Wo ist der Heli? Da ist der Heli. Alter, okay, da startet... Oh Gott! Nein, das ist mein Plan! Okay, geh. Alter, da ist ein Auto und das nehmen wir. Ich verfolge meinen eigenen Plan. Hilfe! Alle sind verteilt. Also, ihr macht dieses Selbstmordkommando. Und ich fliege das Storage Town dem den Auftakt für uns an. Und gucke, wie ich dann Richtung Farmland komme. Sven! Hol mich an! Hol mich an! Steig ein, du Noob! Ich bin drin! Ich bin drauf! Ah! Was machst du denn? Ich bin runter! 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 2! 2! 2! Hier ist keiner, ne? Ja, aktuell nicht! Ah, ist klar! Komm! Ja, schon! Stressiger Anfang, Leute! Auto, Yannick, Auto, Auto! Ja, die machen wir weg! Ich habe meine Pistole! Ja, die fände eh weg! Nein! Einfach schießen! Nicht drüber nachdenken, was du hast! Einfach schießen! Einfach machen! Ja! 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 Damit kannst du Menschen hüten! Haha! Nicht wenn man zwei in den Heißen! Oh! Oh! Und diese Kack-Waffen immer! Alter, was ist hier denn? Mama, wir haben neue Waffen! Die müssen wir unbedingt zeigen! Alter! Raaaaaah! Ich bin Hyper, Mann! Ja, Sven verwenden sie sich gerade in den Hyper! Oh, come on! Haha! Bedrohung 2, okay! Irgendwo sind hier gegeneinander! Ja, du freust dich noch, Sven! Du bist auch bei mir! Bedrohung 3, meinst du! Ähm! Ähm! Alles klasse, Sven! Ich seh mich da! Ja, aufstellen! Schenke Schütz! Aktivieren! Oh! Ich hab's eingepackt! Moment! Schenke Schütz! Aktivieren! Äh! Benutzen! So, Sven! Captain in die Ecke! Ich hab'n Schütz! Haha! Hallo! Von hinten! Von hinten! Ja! Super Entscheidung, Sven! War'ne super Entscheidung! Ich hab'n Schütz! Ich hab'n Schütz! Ich hab'n Schütz! Ja, geil! Ich wollt' grad' zu euch! Ah! Kannst' doch immer noch! Wir sind popular! Kannst' doch immer noch zu uns! Oh, Peluran! Warum wechselst du schon aus den Seiten, ey! Ich war da so ein Freund mit dem Plan... Hälts' ab! Hälts' ab! Hälts' ab! Der hat sich hingelegt! Die Sau! Hey! Einen kannst du ja wiederholen! Siehste? Ja! Hälts' ab! Aber ihr seid jetzt beide tot, oder? Legt sich die Sau einfach hin! Was? Ich bin auf den Zug gerannt, wollte den K.O. schlagen! Und auf einmal legt sich die Sau einfach hin! Schießt mir in den Fuß! Ihr habt beide verkackt! Geil! Mhm! Kann mir jemand mal in den Shop markieren? Was? Oder ist er auch ein... Oder ist er auch ein... Da oder da? Oder da oder da? Wie sieht's gut aus, da vorne? Da ist... Wir haben's gemacht, Yannick! Wir haben's echt gut gemacht! Ende vom Morgenrotze! Ich hatte'n Plan! Der ging komplett nach hinten los! Oh mein Gott, ey! Ich konnte gar nicht sauer achten! Ja, also wenn du hier... Ja, okay, bist du jetzt auf dem Dach gelandet? Ja, weil ich... Ich hab OB erst eingestellt! Weil... Ja, ach ne... Ja, ich kann aber nicht so runter springen! Ich hab... Weil nur die Gasmaske, die hier oben war! Und hab' ich natürlich direkt gesehen! Und, äh... Ich wollte ihn natürlich dann holen! So, so, so! Ja! Hier gibt's ne Wasser für dich! Natürlich! Das bist du nicht! Boah! Das bist du nicht! Ne, den Gedanken hatte ich auch gerade! Hahahaha! Alter! Ist klar! Voll unsere Runde gewesen! Ich bin noch da! Ich bin noch da! Schau! Ah, sehr gut! Revolver! Okay, ist vorbei! Aua! Ich hab' Steiner bekommen! Der denkt jetzt bestimmt, wie viel voll krass, weil ich einen weggemacht hab! Hahahaha! Nice! Ich spring so runter und denke auch, guck mal, da ist er! Moment, wo steht da kein Name? Moment! Hahahaha! Scheiße! Hahahaha! Mann, der kackt! Der hat sich da vercampt! Den hatte ich nicht gesehen! Hahahaha! Warte! Für das ist unsere Sicht! Für unsere Sicht haben wir ja einen! Hahahaha! Jo! Alles gut! Hahahaha! Den Waffen hab' ich auch extra liegen gelassen! Nicht, weil ich Angst hatte oder so! Oh ne! Hahahaha! Timing ist diese Folge überhaupt ganz schlecht! Hahahaha! Warte, wir können schon einen Arm holen! Bitte voll aus! Da ist einer! Hahahaha! 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 Eunice! Ah Wakai, ich bin der willst schon! Die Rundee! Hahahaha! Hahahaha! Hier ist kein Problem! Hat er doch mitgegelt! Okay, einen chic jag gehört! Danke! Einge inspiriert den Political- Ja, Raffa sehe ich, komm. Hier liegen Waffen. Ja, echt. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht mit gerechtet. Hier liegen Waffen, erstmal Munition markiert. Ja, aber der Ort ist ja gleich. Die brauchst du ja auch. Sehr gut. Eine Waffe ohne Munition bringt dir nichts. Ich hätte ja jetzt schon fast gesagt, wir können versuchen zur Ausrüstungslieferung zu gehen, aber wir sterben wahrscheinlich eh wieder. Okay, dann müssen wir da hin. Okay, also Ausrüstungslieferung ist in 90 Meter. Ah, da wo die ganz roten Punkte sind? Ja, der andere ist in 200 Metern. Okay, dann gehen wir zu den roten Punkten oder zu den roten Punkten? Ich bin für die roten Punkte. Ja, ich bin für die Punkte, wo ich neue Waffen bekomme. Links, rechts! Links, rechts, Reierlauf! Da ist was explodiert! Meins! Ah! Die haben wir gefaschen! Nein! Die haben wir geschossen! Ich hab's nicht geschafft! Ich will, ich weiß, ich will mich nicht bewegen, ich weiß wie vorhin! Ich kann mir halt keine Waffen holen. Einer, einer kommt da hin. Und da rechts. Bleib da, ich, ich kann ihn, ich kann ihn versuchen wechseln machen gleich. Ja. Oh, Janis, geiles Thermal-Visier. Wo ist denn der Lümmel? Äh... Hinter der Wand. Rechts. Aber links ist auch einer dabei, Rastron. Oh! Dich hol ich doch, du Lutscher! Dich hol ich nicht mehr, du Lutscher! Kacke mich an! Oh nein, ich hab wenigstens einen K.O. gemacht. Und der wurde dann auch weggemacht. Ich hab's nicht. Das war eine gute Runde. Das, okay, wir sind... Problem war eben, wir sind zwischen zwei Teams gewartet. Die Team sind jetzt gerade explodiert. Alter, die haben sich selbst in die Luft gejagt mit C4, die uns gekillt haben. Ja, das ist halt... Wir sind zwischen zwei Teams geraten eben einfach, das ist... Oh mein Gott, wie episch. Alles klar. Das war eine geile Runde, das war eine geile Folge. Lasst ein Like da. So darf man seine Sehens mal. Damit ihr alles seht. Bis zum nächsten Mal. Von meiner Seite genauso. Schaut auf dem All-In-Kanal vorbei. Bis dann. Tschüss, tschüss. Achtung. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.